Unsere Befragung zeigt, die Jugendlichen schauen optimistischer in die Zukunft als im letzten Jahr. Aber wenn man auf die Ausbildungschancen blickt, sind immer noch über die Hälfte der Ansicht, dass sich die Ausbildungschancen verschlechtert haben im Vergleich zum Vorjahr. Bei Jugendlichen mit niedriger Schulbildung, also mit maximal Hauptschulabschluss, sind es sogar zwei Drittel. Was die Verfügbarkeit von Ausbildungsplätzen betrifft, so sind so fast 40 Prozent der Ansicht, dass es zu wenig Ausbildungsplätze gibt und bei Jugendlichen mit niedriger Schulbildung sind es sogar noch mehr. Das heißt, wir haben eine paradoxe Situation. Einerseits gibt es viele unbesetzte Ausbildungsplätze, andererseits aber eben viele Jugendliche, die sehr pessimistisch auf den Ausbildungsmarkt gucken und glauben, dass sie da nicht wirklich gute Chancen haben. Wir haben in diesem Jahr erstmals auch Ergebnisse auf Länderebene und das sind natürlich vielfältige Unterschiede, die sich da bemerkbar machen, die sich auch nicht über einen Kamm scheren lassen. Aber es gibt doch ein paar interessante Auffälligkeiten. Zum Beispiel in Ländern, die eine sehr gute, tatsächliche Ausbildungssituation haben, beispielsweise in Bayern, da schauen die Jugendlichen auch sehr viel optimistischer auf den Ausbildungsmarkt. Wohingegen in Ländern, wo der Ausbildungsmarkt eher angespannt und die Situation kritisch ist, Berlin und Bremen wären Beispiele, da sind auch die Jugendlichen sehr viel pessimistischer. Das bedeutet, die Jugendlichen haben sehr durchaus realistische Einschätzungen davon, wie auch tatsächlich ihre Situation vor Ort ist. Gerade in Krisenzeiten sollten Jugendliche nicht den Eindruck bekommen, dass sie schlechte Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben. Das ist fatal, sowohl für deren individuelle Entwicklung als auch mit Blick auf den Fachkräftebedarf der Wirtschaft. Nun ist ja im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Ausbildungsgarantie festgeschrieben und unseres Erachtens sollte die jetzt schnell und wirkungsvoll umgesetzt werden, damit jeder Jugendliche in Deutschland, der eine Ausbildung machen möchte, auch die Sicherheit hat, wenn ich eine will, dann bekomme ich auch einen Ausbildungsplatz entweder im Betrieb oder in einer außerbetrieblichen Alternative.